Arbeit, Leben, Qualität. Die Isaloner Werkstätten verstehen die Erfüllung dieser Grundsätze als konkrete tägliche Aufgabe. Gleichwertig stehen der Mensch und die Qualität seiner Arbeit im Fokus unserer Bestrebungen. Über 1400 Menschen arbeiten an fünf Standorten in Isalon, Hema und Menden. Die Spannbreite der Arbeitsbereiche ist groß. Unter der Anleitung eines multiprofessionellen Teams können auch komplexe Arbeitsabläufe und Aspekte zuverlässig erledigt werden. Die Isaloner Werkstätten sind ein Hochleistungsbetrieb, partnerschaftlich, kompetent und flexibel. Für viele Kunden wird nicht nur die Montage erledigt. Die Isaloner Werkstätten übernehmen den Einkauf, teilweise mit Lieferanten im Ausland. Das komplette Handling bis hin zur Lieferung an den Endkunden, Just-in-Time-Lieferung von Bauteilen zuverlässig und termintreu. Was auch immer die Kunden wünschen, die qualitativ hochwertige Ausführung der Arbeit steht an erster Stelle. Eine Besonderheit der Isaloner Werkstätten stellt die Möglichkeit dar, Arbeitsplätze auszulagern. Wenn es bestimmte Umstände verlangen, können Mitarbeiter direkt im Werk des Kundenarbeiten übernehmen. Von dieser flexiblen Lösung profitiert nicht nur der Kunde. Arbeit ist oft das einzige Medium, was Menschen mit Beeinträchtigungen dazu in die Lage versetzt, ihre behinderungsbedingten Einschränkungen zu kompensieren. Das ist in anderen Lebensbereichen schwierig, aber über das Medium Arbeit ist es möglich. Für die Menschen mit Handicap ist es ein entscheidender Schritt zu gelebter Inklusion. Die Isaloner Werkstätten verstehen sich als Dienstleister für Menschen mit Handicap, die in den Lebensbereich Arbeit integriert werden. In gleichem Maße sind die Werkstätten ein zuverlässiger und flexibler Systemlieferant, der durch die hohe Qualität seiner Leistung besticht. Arbeit, Leben, Qualität. Leistungsstark für Menschen und Unternehmen.